Wir haben nämlich so das Durchschnittsalter hier so 20 plus, das würden wir auch gerne beibehalten, das tut uns natürlich leid. Ist okay. Ja. Geh nicht zu den Triaden, bloß nicht. Ja, tu dir das dich nicht an. Die sind ein bisschen verrückt. Mit ihren Scheiß-Schutzgeld-Kacke und sowas. Ja, ja. Das Thema hatten wir mit denen auch, dann haben wir denen gesagt, wir werden denen keinen Cent zahlen. Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir halt so einen inoffiziellen Waffenstillstand. Sie greifen uns nicht an, wir greifen sie nicht an. Vorerst. Aber die Gang A.O.A. gab es schon mal, oder? Ja. Also haben mir zwei Kumpel berichtet, weil ich spiele jetzt seit, glaube ich, vier Tagen oder so. Und die haben mir erzählt, ja, da machen welche wieder die Gang auf. Ja, wir waren hier vor einem halben Jahr. Äh, die stärkste Rebellengruppe. Und jetzt mach ich die gerade wieder ein bisschen neu auf. Formieren uns neu. Und schauen mal, dass wir den Triaden irgendwann mal in den Arsch treten oder so. Gut. Hat er immer noch zu essen? Also, tut mir wirklich leid, aber 20 ist schon unterste Grenze. Ist schon okay. Aber, wenn mal was ist, kannst du natürlich Bescheid sagen. Und wenn du Informationen hast, umso besser. Wir bezahlen auch für gute Informationen zwischendurch. Also, wenn du zwischendurch mal was Informatives hast, oder? Ach, scheiße, ich tuch das, ich tue gar nicht. Ja, scheiße. Scheiße, egal. Nee, sag du's, ich mag nicht. Ähm. Ist natürlich auch so, wenn du Informationen hast, die uns interessieren könnten, da wirst du natürlich auch nicht schlecht da rumkommen, ne? Also, du wirst schon ein bisschen was dran verdienen können. Ähm. Ja. Wie gesagt, wenn du was hast, meld dich. Wenn was ist. Und dann kann man über alles nochmal reden. Gut, okay. Vor allem, wenn du mal Infos hast, wo der Triaden was rumlangert. Wenn er gerade mal so nicht an seinen Leiten klebt, bezahle ich dir gutes Geld dafür. Einfach dann Flüsschen anschreiben. Okay. Gut, dann noch viel Erfolg beim Kampf gegen die Triaden. Jo, danke. Noch ist, noch ist es ja kein Kampf. Noch, äh, noch stehen wir alle ganz ruhig. Ich betrachte das als kleines Schmiergeld unserer Seite, ja? Okay. Ja, ich muss ja nicht gerade der Triade flüstern gehen. Wenn die sagen, wir geben dir 2000 oder 1000 für Informationen, hat er von uns 3000, hat er schon einen Grund, weniger uns zu verpetzen bei der Triade. Mhm. Ja, ja. Ja, ich kann nur als Passagier rein. Willst du mal fliegen? Okay. Aber hol ihn nicht runter, bitte. Wäre zu schade. Dafür ist das Ding zu teuer. Ja, ich habe Angst. Ja. Am besten fliegst du ein bisschen höher. So schön vollgetankt, weißt du? Wie mehr das exportieren kann. Ja. Ja, vor allem alle frisch-equipped, weißt du, also pro Kopf hätte man 120.000 rechnen, bist du gut dabei. Ja. Dann ist locker, ja, ein halb Millionen weg. Ja, schon. Jetzt sah verdammt scheiße in der Hose aus. Ja. Aber geil, er fliegt sich richtig geil, oder? Oh ja. Und du kannst schon irgendwie 200 Meter oder so reichen schon aus bei dem 100 bis 200 Meter, bevor dem Ziel aufhören, Shift zu drücken, sondern Y zum runterkommen, oder? Und S dazu ein bisschen, also ein bisschen nach hinten und so, und du verlierst nicht, also du gehst nicht mal mehr krass in die Luft oder so. Du kannst voll schnell abbremsen, das ist voll geil. Hm, na, das ist zu steil. Wenn, dann musst du in einen Sturzflug gehen und dann so hochziehen, dann gehst du auch nicht mehr hoch. Und runterdrücken, das ist richtig geil, in der Teil. Oh Gott, Kinder. Dann auch noch so abgehackte Idioten, Mann, Mann, Mann. Pass auf, das Stromleitung. Das sind bestimmt nur die Deppen, die im Side-Chat drehen, die ein scheiß Mikro haben. Das laggt immer so. Wir sind gelandet. Wir leben. Schnell raus. Ne, warte, noch viel besser. So. So. Ne, scheiße, er ist nicht gerannt, aber... Boah! Nein, das hat mich ausgenaukt. Wie macht man denn das nochmal? Ah! Shift F oder Shift G glaubts. Ja, ne. Was heißt jetzt? Shift F oder Shift G? Shift G. Ok, ok. Jetzt sind jetzt alle ausgenommen, leider. Wieso kann ich ihn nicht festbinden? Was muss man machen, dass man ihn festbinden kann? Irgendwas brauchst du da glaub ich für. Ah, Windowsed. Wenn ich scroll habe, hab ich jetzt gerade nur den Rucksack. Warte, ich muss ihn noch mal runter schlagen, so. Rob Person könnte ich nur machen. Und dann raub ich ihn ja direkt aus, oder? Wenn ich Windowsed drücke, passiert gar nichts. Das ist nix, ne. Probier's mal. Mach mal Rob Person, vielleicht. Geht wirklich schnell Rob Person. Voll im Boden. Oh, ich hab dich ausgeraft, sorry. Nein. Aber ich kann dich nicht festsetzen. Hm. Gute Frage, was braucht man dafür? Tock. Da, fahrir ein... Was? Loch, sparger. was spielt er denn was los was zockt denn der was machst du da ich will sie auch mal testen schau mal herr linus noch mal also muss man drüben shift r direkt geht auf nein geht nicht danke jetzt shift r schau mal bitte vorne weg yes teil lassen abführen foltern boah die schweine von der triade haben mich echt gefoltert in dem fall dass ich auf zwei prozent leben gefallen bin was ich glaube die können ja auch organe rausschneiden ja freilassen ja danke weil aber was ist schon wichtig so was muss man wissen hier steht bei der garage war gerade nicht wohin haben die das pilzfeld umgestellt wie falsche so das ist es Nein, der muss bellen, um dir auf den Pist zu gehen. Gut. Sehr gut, so musst du es. Also wirklich ernst zu nehmen ist ja gar keiner. Was? Ja sagt der E nachdem er 6 Millionen mit Runken verschenkt hat. Oh, tut mir leid, mein Fehler. Alter, Knäck, unser BMW heißt ja gar nicht BMW, sondern FTV. Na, wir bescheißen. Ne, Maut. Könnt ihr noch essen, trinken und Rap-Kids holen? Ja, das war cool. Oh, wäre eine gute Idee. Wohin? Hey, hier steht noch ein Truck. Das ist nicht so nett. Soll ich dich kurz mit Bären? Wo bist du denn? Hallo. Lidl und Serrano, wo bist du denn? Hi. Keine kurz mit Bären. Alles gut. Killford, hast du noch kein Auto, also ein Truck? Ne, bisher noch nicht. Mach ich beim nächsten Mal. Lidl, du hast ja gerade selbst widersprochen. Du hast mir gesagt, dass du nicht mit mir reden willst. Äh. So, und dann? Na dann, na dann. Hey Leute, Killford hat noch keinen Truck, wir müssen eben noch einen Truck organisieren. Wie war? Wie war? Was ist? Besteh dich nicht. Sei bitte schnell still. Was wolltest du? Nein, wir sind nicht beim Zucker. Was? Ja, weil hier einer war und er mich was gefragt hat. Ich habe ihn nicht verstanden. Ja, aber wie gesagt, Zeit bitte schnell ruhig. Wenn jemand ingame redet, hast du keine Chance, wenn jemand im TS redet, ihn zu verstehen. Ja eben, das ist es. Scheiße. Durch einen wichsen. Ja komm, jetzt mach mal was, was uns auch Spaß machen kann, so knäcke wir sind wieder weg. Oh, Carlo warst auch schon unterwegs. Ich hab dich doch vorhin ausgeraubt. Ah. Dann nimmt das alles, was man hat. Nicht nur ein prozentualer Anteil, irgendwie 80 oder 90 Prozent. 4.000 hab ich genommen. 4.000 hab ich dir geklaut, ja. Ich hab schon gerade gedacht, jetzt fährst du den Mast um. Erst nur trinken brauche ich nachher, dann beim nächsten Hulk auch unbedingt. Ja, ich hab grad ein bisschen was. Ah, verdammt. Guilford, bist du jetzt wieder da? Ja, ich bin da. Eben, ähm. Aber nicht so viel gekauft, sehe ich grad, irgendwie. Können wir zusammenlegen, dass wir ihm was tolles kaufen können, dann haben wir einiges mehr, äh, Umsatz. Wenn er auch ein LKW hat. Hallo? Hm. Also ich kann dir, ich hab 300.000, ich kann dir 300.000 geben, Guilford, wenn es dir weiterhilft, dass du einen g'seiten Truck holen kannst. Vielleicht müsst du eigentlich lang. Das geht natürlich auch, ja. Geht zur Garage, da sollte Linus noch stehen. Okay. Weg, auszug. Lova ist da vorne, okay. Chemie und Lova, habt ihr jetzt eigentlich eure eigenen Karne, oder? Ja. Eigene. Beide, okay. Ja. Unsere. Wer ist das? Hungerfisch. Was? Tempest-Transporter. Ja, den hab ich grad grad beim Markt gesehen. Der war im Zucker. Der hat ein ganz süß, ja? So was? Schon beim Pilzfeld? Ja. Okay. Dann kann ich einfach deine Wabe noch... Wabe. Eh? Okay, dann flieg ich auch mal zu euch rüber. Na lauf, kleiner Kröppel. Ich fahr nur schnell an, ich geb das dann, ist gut. Ich bin dann auch noch. Oh. Äh. Wer hat denn da seine Reifen verloren? Wer hat denn da seine Reifen verloren? Ohe! Weiss niemand! Witätskämmich räucht den Berg rauf! Biu man! Boah, riesen Stamm Welt Es beginnt wieder das Elefantenrennen. Ja, ich hole euch das auf. Bevor ich dann Filze sammle. Der arme Baum, was hat er dir denn getan? Ist der Kühl da unten? Oh genau, da hast du uns Trinkrede bei. Ja. Ja. Der V45 kommt 4, der Dries. Hm, Wasser fügt die Bands. Erste? Ja. 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 Ja... Alright. Ja. Ja, ich bin dran. haben wir ein bisschen trinken aufgefuckt was war das ja toll ich hätte den scheiß füllweg dach fahren können ich habe mich noch das war ein ich habe einen guten Satz gerade gemacht das war aber hart stark wie du dann vor dem hell gefahren bist